Abfahrt in Garmisch Viktoria Rebensburg hat beim letzten Rennen vor den Olympischen Spielen einen durchwachsenen Auftritt gezeigt. Superstar Lindsey von Stahl dabei wieder einmal allen die Show. Speed Queen Lindsey von hat ihren Status als Topferfuriätin auf Abfahrtsgold fünf Tage vor dem Start der Winterspiele in Pyeongchang mit ihrem 81. Weltcup-Sieg eindrucksvoll bestätigt. Die 33-Jährige aus den USA gewann am Sonntag auch das zweite Rennen in der Königsdisziplin in Garmisch-Partenkirchen, wieder vor der Italienerin Sophie Gocchia plus 0,11 Sekunden. Tina Weirath aus Liechtenstein plus 0,12, wurde dritte. Die deutsche Hoffnung Viktoria Rebensburg, Kreuth, kam im letzten Rennen vor Olympia, 9. bis 25. Februar, nicht über den 9. Platz hinaus. 0,97 Sekunden trennten die Elfte des Vortages von Siegerin von, die am Samstag bereits auf der verkürzten Kandahar-Abfahrt gewonnen hatte. Von vielen nur noch fünf Weltcup-Siege zur Bestmarke von in gemarschten Mark, Schweden. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, sagte sie nach den schweren Sturzen ihrer Teamkollegin in Jagd-Wilene-Wals, Samstag, und Stacey Cook, Sonntag. Ich dachte, gib Gas, aber fahre solide und gehe kein Risiko ein. Das tue ich in Südkorea. Lindsay Raute von, USA, gewinnt auch die zweite Raute-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. 9. Viktoria Raute-Rebensburg, 14. Maike Raute-Pfiste, 19. Kirre Raute-Weidele, 21. Michaela Raute-Wenig Raute-Alpin Raute-Ski-Deutschland-Raute-Gab. Redensburg sah bei sich eine Steigerung zu Samstag. Olympia gehe sie mit einem guten Gefühl an, weil sie an ihrer Paradedisziplin Riesenslalom gut drauf sei. Dort greift Rebensburg gleich zum Auftakt der Spiele am 12. Februar nach Gold. Die Leistungsdichte ist hoch, ich brauche zwei Traumläufe, sagte sie. Maike Pfiste, Grombach-1,49, war als 14. so gut wie nie zuvor im Weltcup. Kirre Weidele, Starnbeck-1,75, neben Rebensburg die einzige andere deutsche Speedfahrerin in Pyeongchang, belegte Rang 19. mich allerwenig, Lenkries-1,77, wurde einundzwanzigste, Patricia Dorsch, Schellenbeck-2,90, kam auf Rang 32.